Halli Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen weiter mit dem Cube und äh... Ich habe gerade aus dem Augenwinkel was gesehen und dachte mir Hä, wann hast du das denn gemacht? Ich habe hier den Weg gelöscht! Guckt euch das mal an! Das muss bei dem Gefruckel mit der Warteschlange gewesen sein. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Dass wir ein komplettes Stück Weg gelöscht haben. Dann ist auch kein Wunder, dass keine Leute hier zu den Fahrgeschäften kommen. Das ist ja frech! So genau, wir brauchen den. Wir brauchen... Ich glaube ich habe 8 Meter. Das sieht gut aus, aber das sieht sehr beknackt aus. Äh... Vor allem, weil jetzt passt da oben jetzt nicht mehr. Alles kaputt. Ja, ich kann das zumindest rein machen. Ich könnte das hier... Jetzt ist alles kaputt. Äh... Ich möchte heulen. Warte mal, wir bringen das jetzt neu da rein. Connection das jetzt hier. Connection da... Ich glaube ich muss das da auch nochmal weg machen. Connect... Ja, guck mal das... Da ist doch schön. Das sieht doch wieder aus, als würde es so hingehören. Und dann hatten wir jetzt hier... Nee... Wartet... Das können wir ruhig ein bisschen breiter machen, ne? Wo macht das denn so eine Kacke? So schön. Warten wir das so? Es sieht vertraut aus, ne? Das passt schon. Das ist... Das ist okay. Okay. So, der Weg ist wieder drin, ihr Lieben. Ihr könnt hier wieder lang laufen. Äh... Und hier geht irgendwie keiner drauf, ne? Warum nicht? Ja, ich will damit fahren. Ja, dann kommt doch. Da ist keiner, der hier ansteht. Offen ist das. Verbunden ist das auch. Hier ist ein Weg. Hallo? Hallo, ich habe ein neues Fahrgeschäft eröffnet. Gut, das ist aber auch am... Leck, leck, leck. Am Popo der Welt, ne? Das muss ich ja zugeben. Dann mal überlegen, ob man hier noch eine Abkürzung machen kann. Ah, nee. Es wird keinen Sinn machen. Wir haben hier die Verbindung. Nee, ich würde hier keinen Weg durch machen. War jetzt zwar eine gute Überlegung, aber... Lassen wir mal. Das ist so schön geworden. Weißt du mal, bei den Sachen, wo ich mir die meiste Mühe gebe, da kommt keiner hin. Warum? Ich fühle mich gemobbt. Was? Na gut, vielleicht müssen wir auch das hier irgendwie... Was schön... Oh Gott, ist das am Längen. Schön sollte das doch hier eigentlich sein, oder? So Warteschlangen-technisch. Ich will damit fahren. Ja, wo seid ihr alle? Es ist auch nicht so teuer. Äh, was wollte ich gucken? Achso, Warteschlangen-Bewertung. Ist 100%. Da war noch nicht ein Mensch dran. Doch. Es waren 168 Leute drauf. Aber nicht Griner in diesem Monat. Die Warteschlange, die ist ratzfart zu weit. Das ist so ein Ding, wenn man sich denkt, oh nee, hab keine Lust zu warten. Dann geht man da rein. Jaaa, willkommen. Wir haben Gäste. Na, Gott sei Dank. Okay. Weiter geht's mit dem Cube. Aber ich glaube, das liegt alles auch daran. The Cube ist jetzt zu... Hier ist auch nicht wirklich was Attraktives. Warum sollten die Leute auch hier lang gehen, ne? Also, ich kann es ja verstehen. Ich kann es verstehen. So. Machen wir weiter mit dem Gasten hier. Und zwar war ja jetzt die Überlegung, beziehungsweise nicht die Überlegung, sondern... Der Entschluss, das alles noch umzubauen. Aber das tut mir nur so halb leid. Weil Prozesse, das muss halt sein, ne? Das halt ist halt... Nicht mehr zeitgemäß. Cube kriegt jetzt halt eine Renovierung. Das Kübchen wird renoviert. So. Ich krieg einen neuen Anstrich. Das stand halt von Anfang an hier. Und... Dinge um den Cube herum haben sich entwickelt. Und jetzt ist halt eine neue... Neue Ära. Äh, gut, das haben wir. Da machen wir noch diese Seite. Nein, das war die falsche Wand. Die darf bleiben. Das war irgendwas, aber nicht das, was ich löschen wollte. Ich wollte das hier löschen. Danke. Mann, das geht ja schnell. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, die... Strukturen hier behalten, naja. Äh... So, ne? Was ist das hier? Ah! Hä. Ist ja... Das ist ja nicht so gut. So. Ich hoffe, das passt noch. Das müsste die Decke unten sein, ne? Die glitscht wahrscheinlich jetzt so ein bisschen rum, aber... Ist jetzt nicht mein Problem. So. Diese Wand müssen wir natürlich auch ausbessern. Ich weiß, das wird jetzt eine Menge Arbeit. Aber die wird sich hoffentlich am Ende lohnen. Ist das die richtige Höhe? Ne, das ist noch ein zu hoch, oder? Ne, das war richtig. Wenn ich von dem Strich ausgehe. Dann müsste das hier wieder so sein. Guck mal, jetzt laufen hier die Leute auch wieder landen. Sehr gut. Sehr schön. Äh... Da sind sie. Ich muss Gott sagen, allzu weit weg könnt ihr doch gar nicht sein. Und wir können jetzt hier... Ohhhh... Wir können... Ja, wieder die Geschichte machen. Guck mal. Element direkt wieder aufgegriffen. Dann würde ich aber die Wand ändern. Ein. Ein. Immer wenn man klickt, ne? Voll daneben. Ohhhh... Ohhhh... Guck mal. Schön. Fackig. Fackig. Auf jeden Fall besser aus. Und wir brauchen hier noch eine Beleuchtung. Wenn es hier raus geht. Ähm... Ja, jetzt ist natürlich die Sache... Wir sehen mal wieder nichts. Ich könnte aber... Ach Gott, das sind alles Einzeldinger gewesen. Ohhhh... Ach... Okay, dann klicken wir diese Panelen jetzt mal an. Werben die als erstes ein. Äh... Mal eben gucken, dass wir alle erwischen. Ich glaube, das waren alle, ne? Der Rest ist anders. Okay. Einmal... In... Gelben Streifen. Blauen Streifen. Und der Rest dann in... Weiß. Sehr gut. Dann haben wir jetzt diese ganzen Lichterchens hier. Zack, zack, zack. Guck mal, es geht doch schnell. Wie gesagt, das Design, was ich hier gemacht habe. Wie die Sachen alle hier rumstehen. Das finde ich auch immer noch sehr gut. So habe ich da nie einen hingemacht. Das müssen wir gleich noch ändern. Aber, ähm... Ja, es... Passt halt nicht mehr zum Rest, ne? So. Die machen wir auch einmal weiß. Wunderbar. Und das Licht würde ich dann auch in diesem... Oh ja, Orange machen. Oh, schön. Oh, schön. Den müssen wir bitte einmal noch erweitern. Ich weiß nicht, warum ich das damals gelassen habe. Weil hier haben wir es ja auch gemacht. Das macht mir gar keinen Sinn. So habe ich noch mehr von den Paneelen benutzt. Lassen Sie mich schnell gucken. Ich glaube nicht, ne? Nö. Nur die beiden. Gut. Dann einmal... Oh, es speichert. Moment. Haben wir es? Ja. Wir haben es. Einmal weiß. Das ist das. Ne, das kommt blau. Hier oben drauf ist das Symbol. Das sieht man aber eh nicht aus der Perspektive. Aber egal. Muss halt, ne? Und die Lampen machen wir auch orange. Weil das ist halt der Stil hier, ne? Dann haben wir zweimal das Ding. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir dieses Objekt. Das haben wir auch zweimal. Ne, das machen wir orange. Da ist wieder das Symbol drauf. Das könnte man... Ah, ne. Ich glaube, das wird zu viel. Dann muss das halt komplett weiß sein. Und nur dieses orangene Element. Äh... Wir haben... Du bist aber ein anderes, ne? Als das. Ja. Oh, ich finde das... Das wird gut hier. Was ist das? Das ist so Zeichen da unten, oder? Ich sehe es nicht. Äh... Ist auch nicht so wichtig. Ich mache es mal orange. So. Keine Ahnung, was da eingefärbt wurde. Dann haben wir an unseren Wänden noch diese ganzen... Diese ganzen Platten. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja jetzt auch wieder ein Traum. Hallo. 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 Was ist denn verkehrt mit dir? Danke. Was jetzt bei allen so wird, ne? Oh. Dann lasse ich die Grau. Oh. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt hier ja markieren, markieren wir alles andere mit. Okay. Okay. So geht's. Ich habe mich zu früh gefreut. Danke. 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 Danke für ihre Kooperation. Das machen sie sehr gut. Sollte die Teile nicht zu früh loben. Oh Mann. Nervt mich doch nicht hier. Spiel. Ah. Hab ich? Hab ich? Hab ich? Hab ich? Hab ich? Hab ich? Waren das alle? Ich hoffe. Ich glaube schon. Wenn nicht, muss ich den gleich einzeln noch erwischen. So. Erstmal grundlegend weiß. Sehr gut. Du bist nicht das Symbol. Du bist dann das Symbol. So. Mal langsam wird es doch. Es passt sich dem restlichen Design hier an. Jetzt machen wir die Scheune. Hab ich beschlossen. Aha. Aha. Danke. Da haben wir noch Zeug. Du bist nicht der Zaun. 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 Den hier hatte ich ja schon. Orientieren wir uns an dem einmal. Hm. Weiß. Bronch. Das hatten wir dunkel gelassen. Und das glaube ich auch weiß. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das Problem. So. Ach ne. Das ist hier unten dieser Strich. Ne? Ich glaube den haben wir blau gemacht. Okay. Fällt ihr nicht auf. Ist egal. So. Hier haben wir noch so eine komische Lampe. Das ist das Symbol. Das könnte man blau machen. Das ist der Rest. Der ist weiß. Und das Licht selber machen wir auch wieder. Aurora. Wir haben's bald. Wir haben's bald. Ganz ehrlich, die hier finde ich grausam. Die machen wir mal weg. Diese Wand ist überhaupt nicht gestaltet. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch noch nicht. Hier haben wir noch diese Paneel. Die habe ich auch einfach nur da dran geklatscht, um was da dran zu haben. Nee. So. Ach, da ist noch eine. Zum Glück geht das Umfärben hier relativ zügig. Können wir uns einmal noch kopieren für diese Wände hier. Oder für die Wand. Oh. Ja, und an der, weiß ich nicht. Können wir da vielleicht so ein Design dran machen? Ja? Hallo? Das sieht ein bisschen bescheiden aus, ne? Oder ist das okay? Könnte auch okay sein. Könnte gehen. So. Guckt mal. Dann hätten wir... Guck mal, das ist auch überhaupt nicht hier zentriert. Und, und, und was habe ich mir dabei gedacht? Leute. Scheint nichts. Scheint nichts. Ich sehe nichts. Hallo? Da. Da merkt man, dass das hier echt zwei Jahre her ist oder so. Und ich mir gedacht habe, ja, passt schon, ne? Sieht gut aus. Hauen wir einfach mal dran. Ähm, theoretisch müssten wir jetzt diese ganzen Zwischenwände auch noch weiß machen. Also, wir sind hier ratzfatz durch. Ähm. Weil man sieht sie ja dadurch, ne? Hehe. Ganz toll. So. Dann brauchen wir hier einen schöneren Bogen. Auch in diesem weiß. Das wäre dann so. Ist halt eigentlich exakt der gleiche, ne? Nur in... Weißhals. Aber da hätte ich jetzt auch keine Alternative, dass ich sagen würde, wir machen es enger. Wobei könnten wir theoretisch machen. Tut mal, lass mich mal eben wieder die weißen Dinger suchen. Wir haben ja den, ähm, Durchgang. Hier den. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Wenn wir jetzt die Rastergröße ändern, was ich früher irgendwie nie gemacht habe. Und dann das Ganze hier so anpassen würde. Dann würde mir das schon viel besser gefallen, ne? Mit diesem Premium-Ausgang. Sieht auf jeden Fall besser aus. So. Nächste Wende. Ich hoffe, wir brauchen hier nicht allzu lange noch für... Ich würde nämlich gerne den Deckel drauf machen. Und mich dann, äh, mit anderen Sachen beschäftigen. Wie muss, glaube ich, hier anfangen? Ich seh's halt nicht, ne? So. Das ist halt das Problem, wenn man jetzt hier die Rastergröße wieder ändert. So, jetzt müsste das besser funktionieren. Ups. Ups. Ups, ups. Sehr schön. Die Rückwand da ist schon weiß. Das ist sehr gut. Haben wir noch irgendwo grau? Ihr seid noch grau. Blub. Blub. Äh. Die Unteren sind auch noch nicht bearbeitet. Äh, lel, 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 lel. Ja, Kamera, danke. Diese Beleuchtung, ganz ehrlich, die ist auch nicht mehr das Grüne vom Ei hier, ne? Tschüss. Tschüss. Ich würde gerne diese Lampen wegmachen. Da denken wir uns dann gleich auch noch was anderes aus. Ich seh überhaupt nix. Also, das ist echt kompliziert, im Nachhinein noch was ändern zu wollen. Macht das nicht, Leute. Lasst sowas. Das ist anstrengend. So. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist das. Ich weiß aber auch nicht. Ob wir das brauchen? Ich glaube nicht, ne? Einträchtigt uns das hier irgendwo? Hallo. Ach, wir speichern. Moment, wir hängen in der Wand, ist nicht schön, ich weiß. Äh, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Oh, ich kriege ja heute noch die Krise, ne? Dann können die doch mal alle weg. Wir haben ja andersartige Zwischenböden hier eingezogen. Und dieser Balken, der da jetzt so durchging, der war auch nicht wirklich schön. Welche Kamera habe ich denn jetzt? Sieh wieder die falschen, ne? Ja, so ist es wieder besser. Dann machen wir die Wege einmal alle raus, die hier so durchglitschen. Aber du bist, glaube ich, hier der Boden, ne? Was das Problem wäre. Aber da könnten wir sagen, zack. Millimeter rüber, Millimeter hier hin. Dann haben wir das Glitch schon beseitigt aus den Wänden raus. Sehr gut. So, glitscht es noch irgendwo. Ey, es gibt Gemüse aber auch drumherum. Ne, das sieht gut aus, ne? Hier, du bist noch am da durchglitschen. Liebe Platte. Ist nicht so schön. Danke. Können wir die auch noch ein Stückchen schieben. Damit ihr hier schöner nebeneinander sitzt. Gut. Ich glaube, wir nähern uns hier so langsam dem Ende der Umbaumaßnahmen in der Warteschlange. Farblich haben wir jetzt, glaube ich, alles angepasst. Ich checke noch mal, ob hier irgendwas noch grau ist. Die Säule hier ist noch grau. Die können wir noch farblich mit anpassen. Das wäre der Ring da oben. Ja, das lassen wir auch mal weiß. Und die Beleuchtung selber ist dann wieder orange. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier noch die kleinen Lücken füllen oben. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wie machen wir das Dach? Äh, hallo? Da. Theoretisch, habe ich ja gesagt, möchte ich sowas machen wie... Wie vorher. Also, äh, nicht wie vorher. Äh, ne? Spricht dich aus. Wie bei den anderen Gebäuden. Oh, da sehe ich noch was glitschen. Das geht natürlich nicht. Müssen wir uns gleich drum kümmern. So. Wir haben es gleich. Da. Haben wir das auch schon mal wieder drin? Du hier. Aber dich brauchen wir, glaube ich, auch nicht, ne? Hab ich. Tschüss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Dass man immer überall drin hängt. Ist ja Wahnsinn. Äh. Diese Säulen. Die möchte ich jetzt auch noch weiter mitverwenden. Nehme mal diese ganze Reihe. Wie wir sie dann anpassen müssen, ist gleich ein anderes Thema. Aber die kämen jetzt hier auch wieder schön dran. Und dann an die Ecken der Kontinuität wegen, ne? Bis an den Boden. Sehr schön. Wie sie sehen, es ist zu hoch. Hab ich aber mir fast gedacht. Ich nehm mal die raus und schieb die runter. Dann sind wir immer noch zu hoch, ne? Wir müssten auf diese Höhe. So, ist doch gut. Wird das hier echt ein schönes, einheitliches Bild. Das finde ich gut. Das können wir da gleich vielleicht... Weiß ich noch nicht. Eigentlich müssten wir das hier bis zum Boden durchziehen. Äh, haben wir noch einen Hochkant? Ja. Fahren wir einfach mal so. Okay. Dann haben... Dann haben wir das jetzt schon mal. Und dann machen wir jetzt noch... Äh, ratzifatzin. Das Dach drauf. Ich glaube, die Warteschlange an sich haben wir fertig, oder? Lass uns nochmal schnell gucken. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es beleuchtungtechnisch aussieht. Äh, ich mache mal ganz kurz... Cheaten. Ob das hier hell genug drin ist? Ich glaube nicht. Dann müssen wir da doch auch nochmal eben schummeln mit dem Lichtchen hier. Aber wir haben... Doch, du warst das Dunkle. Nee, du bist schwarz, ne? Du bist schwarz. Ich wollte dieses Dunkle... Wäre auch interessant, hier mit einzubauen. Vielleicht hier. Und den Rest... Mal so tief wie es geht. Wäre so. Und den Rest dann orange. Ich habe leider diese orangene Farbe hier nicht mehr drin. Das war ja so ein richtig... Dunkles... Warte mal, ich passe das mal eben an. Die hier halt leuchten. Äh, aber es war doch heller. Aber das war ein helleres, oder? Oder passt das? Das könnte auch so passen. Oh, du bist noch schief. Oh, jetzt haben wir hier noch ein Licht. Einfach damit man überhaupt was sieht, ne? Ich glaube, dann wird das heute doch nichts mehr mit dem Dach. So, das sieht gut beleuchtet aus. Äh, dieses blaue Licht hätte ich dann auch gerne... ...nochmal hier. So ungefähr die gleiche Anlage ist. Ich mag dieses Farbzusammenspiel, ne? Das ist... Das ist das Schön. Äh, gut. Das hätten wir. Dann gucken wir, wie wir die Treppe noch beleuchten können. Aber in der nächsten Folge. Und, äh, wir gucken dann, dass wir das Dach machen. Und dann würde ich The Cube erstmal wieder eröffnen. Weil dann sind wir an sich mehr oder weniger fertig hiermit. Und, äh, müssen dann noch die Krankenstationen überarbeiten. Dann müssen wir hier das Restaurant überarbeiten, dass das auch zum restlichen Design passt. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüssi.